Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal mit einem weiteren kleinen Guide zu Stray. Und zwar heute zu der Trophäe Boom Katsalaka. Und dafür müssen wir einen Basketball in einen Eimer bewegen, sag ich mal. Und das können wir hier auch direkt wieder in den Slums in Kapitel 4 machen. Und da liegt direkt hier der Basketball an dieser schönen Treppe. Und da muss der in den Eimer da unten. Ich habe es beim ersten Mal direkt mal verworfen, sag ich mal. Und bin deswegen jetzt hier nochmal besonders vorsichtig. Wenn es nicht klappt, einfach den Checkpunkt nochmal neu laden. Und ihr seht bei mir hier ganz knapp rein. Und dann sollte aber die Trophäe Boom Katsalaka für euch an dieser Stelle auch poppen. Ich hoffe, der kleine Guide hat euch geholfen. Wenn ja, gerne ein Like fürs Video da lassen, Abo für den Kanal. Und wir sehen uns mit mehr Guides hier zu Stray. Und wir sehen uns mit der Trophäe Boom Katsalaka.